Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, this is the executive producer of Movie Park Studios speaking. The countdown is on and in a few minutes your very personal Hollywood experience starts. Because today, you are the stars. Die gesamte Movie Park Crew arbeitet bereits mit Hochdruck an unseren Filmsets, damit sich ihr Drehbeginn nicht verzögert. Checken wir doch kurz, ob es gleich losgehen kann. Achtung, Federation Plaza, hört ihr mich? Wie sieht es aus am Set von Star Trek Operation Enterprise? Grünes Licht, Captain. Alle Shuttles sind offen. Oh, off, speed programmiert. Captain O'Brien, wie sieht es bei Ihnen aus im Studio 6? Ist die Stunt Crew auf Stand-by? Es kann losgehen, Boss. Alle Fahrzeuge stehen bereit. Becken, sind alle Nicktoons in Eklendorf Position? Ja, alle sind hier. Äh, wo ist Patrick? Oh, Entschuldigung. Ah, da ist er. Super, right. The entire crew of Movie Park Germany is already working at full speed on our film sets, so that your movie shooting will start on time. Let's check if we're ready to start. Attention, Federation Plaza. Can you hear me? How's looking at our set of Star Trek Operation Enterprise? You're ready when you are, Captain. All Shuttles are beautiful. Oh, speed. Captain O'Brien, how about you at Studio 6? Is the Stunt Crew on standby? So, see. Dann kann es jetzt endlich losgehen. Wir wünschen nun einen Filmreifentag in Movie Park Germany. Now we're ready to go. We wish you a cinematic day. And we're ready to go. Ich sehe schon, Passport Pro sehe schon die Figuren dahin. Kamera läuft. Kamera. So, easy. 10, 1, 2, 1, to 17.50. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3, 3, 4. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020